Hallo, Gredmein! Neue Stufe, meine lieben Studenten, ich vermisse euch, wie geht's? Die Lektion heute über Grammatik, Adjektive im Komparativ. Die Adjektive im Komparativ unterscheidet es, er und als. Unterscheidet es, er und als. Zum Beispiel, kleiner als, billiger als, teurer als, größer als, länger als, lieber als, kürzer als, älter als, besser als, mehr als, höher als. Okay, Adjektive im Komparativ unterscheidet er und als, er und als. Zum Beispiel, es gibt eine Übung über Adjektive im Komparativ. Heißt, wähle aus. Nummer 1 Der BMW fährt schnell, schneller, schnellesten als der VW. Gibt es als? Ja, es gibt als. Ich wähle schneller aus. Okay? Der BMW fährt schneller aus, der VW. Okay, Nummer 2 München ist schön, schöner, schönesten als Hamburg. Es gibt als. Ja, es gibt als. Ich wähle schöner aus. Okay? Nummer 3 Steffi ist elegant, eleganter, eleganisten als Karin. Gibt es als? Ja, ich wähle eleganter. Steffi ist eleganter als Karin. Nummer 4 Das City Hotel ist teuer, teurer, teuresten als das Hotelzone. Als. Es gibt als. Ja, teurer. Okay? Nummer 5 Der mein ist lang, länger, längesten als die Isar. Es gibt als. Ich wähle länger. Ich wähle länger. Die Antwort ist Der mein ist länger als die Isar. Ja, verstehen Sie? Ja, danke sehr. Danke sehr. Tschüss.